Musik Guten Tag Frau Königin! Wir sind mal vorbeigekommen, wir wollten dich abholen, ich hoffe dir, ist das in Ordnung? Das ist ganz neu. Ich wollte dich auch gerne abholen, deswegen sind wir auch mit 14 Mann da, um euch abzuholen. Und es wäre schön, wenn ihr kurz rauskommt, um mal Hallo zu sagen. Das machen wir dann. Einfach kräftig, gut tschüss, gut tschüss, gut tschüss! Moin Moin! Moin Moin! Alle gut drauf? Ja, natürlich. Ja, ich habe mal so ein bisschen was vorbereitet, Marlen und ich. Und laden euch ein zum kleinen Umtrunk, kleinen Imbiss. Und ich denke mal, wir haben so eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit hier. Juhu! Damit wir mal so ein bisschen was, ja genau, so ein bisschen schnattern können und so weiter. Wetter ist ja so ein bisschen besser geworden, hoffentlich. Aber ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt und sie sollte draußen sein, aber habe ich ein bisschen impulsiert und schon geht das. Ja, mit Gott. Okay! 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 Cool! Wie ihr wollt, genau, wie ihr wollt. Wunderbar, ich kann nur sagen, ich glaube uns allen hat das hier gut gefallen, die letzten anderthalb Stunden. Nicken heißt Zustimmung. Ja, siehste, ne? Nicken alle. Und ja, dann wollen wir uns nochmal bei Marleen und bei Uschi für diese anderthalb Stunden, die wir hier sein durften, bedanken. Wir bedanken uns bei den beiden mit einem dreifach kräftigen Guten Schuss! Wir bedanken uns bei den beiden mit einem dreifach kräftigen Guten Schuss! Wir bedanken uns bei den beiden mit einem dreifach kräftigen Guten Schuss! Lachen Lachen Halt! Legs! Auf! Mit Plastik immer nach Wunsch! Nee! Das war schon super schluss! Tschuldigung, ich weiß nicht, vielen Dank! Die Damen für die Gänke! Gut, Arne! Ja! Vielen Dank für die Gänke! Ja! 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 Jetzt kommen wir zum Jugendkönig! Jugendkönig in diesem Jahr ist auch ein ganz junger! Muss ja alles ein Jugendmeld! Aber ich denke, Timo Kroll wird das schon machen, nicht? Timo! Ja! Wir sind immer wieder auf dem König! Und dann wundert sie, dass sie plötzlich König wäre! Ich war Hermann, Hermann Mahlstedt, Alterskönig 2019. Zweiter Attilant in diesem Jahr, Helmut Arz. Du hast geschossen. Erster Attilant, und da haben wir wieder das Problem, was wir jedes Jahr haben. Wir sind nie mit drei Vorständen vorne in der ersten Reihe, weil irgendeiner nur auf den König schießt und dann irgendwas abkriegt. Markus Himmelskamp. Erster Attilant. Hat unser Jugend Attilant geschafft, älter zu werden und wird König. Mökel Badelein. So, wir wollen unser neues Königshaus begrüßen mit einem dreifach kräftigen Gut Schatz. Gut Schatz! So, wir wollen unser König, was da ist. Viva! Schatz, schenke mir ein Foto, schenke mir ein Foto von mir, Schatz, ich schenke mir ein Foto, nur so ein Foto wünsch ich mir, ich sag das, Schatz, ich schenke mir ein Foto, ein kleines Foto von dir, Schatz, ich schenke mir ein Foto, dann schenke ich dir ab, eins von mir. Oh Gott, die längere Figur, mein Gott, was sag ich nur, ich dachte so, als ich nur in Roman, so ist es nicht bei mir, ich sag das, was du mal geschehen, nicht mein Gefühl. Schatz, 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 schatz. Ich stelle mich vor den Bussen. 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 Ich stelle mich vor、 den Bussen. Ich stelle mich vor den Bussen. Von Bussen. Musik Musik Musik